Name your game. Und wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt nicht so viel Units verlieren, wie sonst immer. Aber ich bin positiv. Kampf im Kaiserreich. Weiße Wolken, Kapitel 3, Meuterei im Nebel. Uh, da geht's schon zur Sache. Wir checken mal die Items. So gut ist es nicht, ne? Viele haben kein Heilmittel mehr. Das lassen wir mal so, aber ich würde noch gern zum Marktplatz gehen. Willkommen! Hier brauchen wir einen Bogen. Stahlbogen. Das sieht gut aus. Ah, und zum Vorrat. Verstehe ich nicht ganz, was da der Unterschied ist. Lizzie Thea soll auch einen Bogen mitnehmen. Ist das der eine? Dankeschön. Dankeschön. Ansonsten sehen wir ganz gut aus. Hier eine Eisenlanze. Kannst du nochmal eine haben? Dankeschön. Dankeschön. Raphael kaufen wir auch noch was. Ist das der eine? Eine Streitkolben. Dankeschön. Der nimmt noch ein Heilmittel mit. Dankeschön. Perfekt. Dankeschön. So dass jeder ein Heilmittel hat. Zack! Ah, jetzt funktioniert es schon besser. Diese Tee hat auch keines. Wer hat noch was? Sie hat auch was. Einfach mal hier, einen Truhenschlüssel. Vielleicht kann mir das ja helfen. Leonie? Ja, wir kommen bald wieder. Mehr Unterstützung machen wir nicht. Eigentlich könnten wir los machen. Ich will nur noch gucken, wo das Vorratsding ist. Ah, hier kann ich das machen. Ne, wir nehmen es vom Vorrat. Muss ja noch ein Heilmittel sein. Jo. Das passt so. Wir legen los. Leute, freut euch. Ich freu mich ja auch. Alle Gegner werden besiegt. Oder alle Einheiten werden besiegt. Spielerphase. Erstmal will ich mir ein bisschen Überblick verschaffen. Okay, hier sind die Leute. Tanks müssen nach vor wie immer. Dann nehmen wir einen Nook. Raffail. Und wen habe ich hier? Leonie? Die können wir hier positionieren. Die ist eigentlich auch eine Nahkämpferin. Komm. 13. Nimmt aber auch 11. Ist noch ein bisschen schwach. Wir helfen hier mit dem Schweißschuss. 16. Sehr gut. Das ist das Goldene Deer für euch. Level Up auf 7 für Claude. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin bereit. Ja, greif ihn an. 9. Und 14. Fast umgehauen. Und dann haben wir noch Ignaz. Und wir gehen über zur Gegnerphase. Vorbei. Direkt zurückgeschlagen. Wow, Ignaz. Richtig gut. Hilda nimmt 11. Gib 13 weiter. Muss sich jetzt heilen. Fähigkeitslevel gestiegen. Da freut sie sich. 9 Damage. Gib 12 zurück. Und nochmal 12. Sehr, sehr stark. Okay. Die arme Hilda. Das war's wohl für mich. Ich muss mich ausruhen oder so ähnlich. Das sind wieder einige Gegner. Oh, Marianne nimmt viel Damage. Nochmal. Wow. Auch. So, den Rest bin ich dran. Wir gehen gleich auf den stärksten. 19. Nehmen 7 Damage aber nochmal 19. Und das war's. So. Die muss die heilen. Wir greifen den an. 12. Das reicht. Level Up für Leonie. Level 3. Muss mich weiter verbessern. Bataillon Level Up. Können wir sie heilen. Muss sie halt ein bisschen tanken. 15 Damage. Das ist gut. Neuer Stahlbogen. 15. Perfekt. Entschuldigung. Die Glückwunsch ist meine. Wen haben wir denn da noch? Schieß da rüber. 14. Sehr gut, Ignaz. Ignaz ist on fire. Auch ein Level Up. Wirklich zufriedenstellt mich das nicht. Warum nicht, Ignaz? So. Und jetzt darf Raphael nochmal drauf. Hä? Der kann nix machen. Okay, dann macht das halt Lorenz. 9. Perfekt. Perfekt. Auch ein Level Up. Ich dachte, ich hätte alles gegeben. Der Gegner ist dran. Rückt vor. Ja, das sieht gut. Marianne ist leider dead. Tut mir leid, ich war keine Hilfe. Boah. Visitia nimmt 11 Damage. Der Schurke hat sich aber hier des Treffers verwehrt. Und schon bin ich wieder dran. Die zwei, die werden wir locker schaffen. Dann rücke ich einfach mal hier vor. 19. Aber sieben Damage nehme ich und nochmal 19. Level 11. Sehr, sehr, sehr schön. Wir müssen alle unseren Teil leisten. Kämpf mit ihm. 18 Damage insgesamt. Nimmt 6. Aber noch ein 9er. Und das war's für den Schurken. viel besser. Claude ist ja ganz langweilig. Also er ist nicht langweilig, sondern ihm ist langweilig. Gehen wir auf den hier. Komplizitea. 20. Perfekter Damage. Was haben die getan? Dann positionieren wir uns hier. Greifen mit der Eisenlanze an. 13. Wer darf noch? Unser Lorenz. Mal hierher gehen. Der Gegner ist dran. Glaub, diesmal verlieren wir weniger Einheiten. Ich hoffe es zumindest. Oh, Lizetier nimmt viel Damage, schlägt aber zurück. Und der Diebe ist geschickt. Wir sind dran. Heilig war. 10. Naja. Gut war es nicht. Aber hoffentlich reicht das. Oh nein. Wir gehen mit Claude hier rüber. Ich kann hier nichts machen, ne? Zwei Bogenschützen. Zwei Bogenschützen. Nächste mit Nook. Hier hin. 19 Damage. Vorbei. Und 24 nochmal. Und 2 geheilt. Wahnsinnig gut. Hier hin. Kann er nur warten. Raphael kann auch nur warten. Ne. Beides müssen wir jetzt nicht. Wir sind gierig. Positionieren den hier. Er kann auch einen Schweifschuss auf den hier. 16. Schöner Damage. Gute ist, er kann nicht zurückschlagen. Aua. Gut Lorenz. Guter Konter. Fähigkeitslevel gestiegen. Endlich erlange ich Meisterschaft. Claude ist in Trouble. Nimmt aber nicht so viel Damage. Und jetzt geht der Diebe auf Leonie. Starker Damage. Und hielt sich selbst auch noch. Bataillon Söldner. Der Cyrus von Leonie hat sich zurückgezogen. Das wird schon gehen. Jetzt kommt der auch noch. Sechs Damage auf Claude. Und nochmal wahrscheinlich. Ja. Muss ich jetzt heilen. Jetzt bin ich dran. Genug. Ich bin jetzt. Kann ich mit Nook hin? Ist das ein bisschen blöd. Ja dann heil dich mal. Zehn gehealt. Er muss ein bisschen weg. Und auch heilen. So. Die macht jetzt den fertig. Zwölf Damage. Overkill. Level. Level Up. Leonie auf 4. Kann ich's nochmal probieren? Sehr gern. Die ist stark. Wenn wir uns hier positionieren. Nee. Auf den würde ich gerne gehen. 9 Damage. 9 Damage. 4 zurück. Nochmal 9. Die sind ein bisschen in trouble. Mach mal den kaputt. Den Schurken. 15. Sehr gut. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Ein Critical. Ey Ignatz. Zehn. Vorbei. Und. Raphael kommt. Ist hier nicht in range. Das ist schlecht. Kann eigentlich nur hier bleiben. Und der Gegner ist wieder dran. Schurke auf Lorenz. Lorenz schlägt zurück. Perfekt. Level 5 für Lorenz. Ich kann noch viel mehr. Goldbeutel erhalten. Yes. Nein, nein. Gut vorbei. Das war sehr wichtig. Der wäre mir sonst gestorben. Heed geht auf Leonie. 6 Damage und 3 Heed. Leonie kann nichts machen. Aber jetzt sind wir dran. Das ist jetzt eigentlich auch egal. Komm, Lysitir. 8 Damage. Schlägt zurück mit 4 und heilt sich wieder 2. Ja, aber Leonie. Geht das? Komm. Danke, Ignatz. Der Ignatz, ey. Sieht aus wie so ein Nerd hier. Macht alle fertig. Ready and willing. Ja, wir gehen auf den. Windig, dass Lorenz stirbt. 16 perfekt. Es ist nicht Glück, es ist Glück. 1600 Gold erhalten. Oh, mal vielfragers. Mal 3 erhalten. Mission abgeschlossen. Der Hell des Ignatz. Ja, meinte ich auch. Der Hell des Ignatz. Ja, meinte ich auch. Sie können.